Wir spielen über Falloff überwuchert mit dem Marquis. Wir haben ein Kind Ultra Heilung und noch ein Galilea Tank. Damit haben wir nur einen Nahkämpfer, aber Ernest kann unterstützen. Die Gegner haben keine Heilung. Wir haben Montana, auch Galilea. Auch ein Marquis. Wir haben auch nur einen Nahkämpfer, okay. Aber das ist ziemlich uncool für die, dass sie keinen Heiler haben. Und Montana hat dann bestimmt unser Ziel. Vielleicht auch der Gegner Marquis. Mal gucken. Aber ohne Nahkämpfer ist ganz gut. Mal gucken. So, dann stellen wir uns gleich auch mal oben hier auf die uncoole Stelle, wo die anderen auch immer alle sind. Oh. Jetzt sogar einen tollen Skin. Ups. Wir machen einmal so. Einmal hier. Ja, toll. Die ist jetzt hier. Dann glaube ich nicht so viel. Alles von uns. Das ist gut. Da ist er. Nein, nach Land. Ach, Mist. Der. Wir sind es wahrscheinlich nicht entkommen. Na ja, schade. So. Oh, dann brauchen wir hier so ein Ding. Oh. Es war knapp. Huch. Da ist er noch unterwegs. Na ja. Oh, hier noch eine. Oh, oh. Jetzt kommt sie doch noch. Das ist nicht gut. Die haben richtig Probleme. Wenn die jetzt nicht irgendwie geheilt werden können zwischendurch, dann müssen die ja immer wieder wegrennen. So. Von dem. Weil der über alle anderen guckt, sieht man auch schön seinen Kopf immer. Da. Braucht er nochmal auf. Da ist er. He he. Da rennt er weg. Äh, Mist. Ja. Einmal den hier. Hm. Ja, hat so gut gemacht. Wann. Äh. Vielleicht doch auf die andere Seite wieder. Oh, die holen sich da die Splitter. Das ist ja nicht so cool. Zack, kaputt. Bam. Yep. Hier verlangsamen. Was machst du jetzt? Oh, oh. Das ist jetzt so gut gemacht. Jetzt haben wir ein Problem. Mist. Und der Bereich macht noch keinen Schaden. Da fällt mir ein, ich hab den Markier von denen noch gar nicht gesehen. Ich glaube, dass der jetzt auch schon wieder rausgeflogen ist. Oh. Was? Oh, oh. Die ist ja noch von uns. Die ist nicht von uns, würde ich sagen, glaube ich. So, da sind wir zum Glück nochmal weggekommen. Das ist natürlich... ...bisschen gefährlich noch, ne? Zack. So. Ich kann nicht durch das Schild schießen von dem. So, Montana, hol ab hier. Die machen schon bald Schaden auf den, ne? So. Oh, da ist Mike noch. Oh, ich kann was skillen. Raubtierangriff. Enthüllt. Was getan, der, das ist gut. Der... Wo kommt denn jetzt der Schaden her? Das war ja mies. Zack, abgestaubt. Sehr gut. So, die blöden Kleinen da. Galilea. Hier nochmal. Bisschen verlangsamen, vielleicht. Ne, der bringt, bringt nix. Den können wir vielleicht noch kaputt machen. Unsere Feinde greifen ein Söldnerlager an. Zack. Er ist schon kaputt. Zack, okay. Da ist auch alles weg. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen nah dran dafür. Ups. Ah ja. Oh. Das ist Kamaik. Haben wir sind nochmal weggekommen? Ups. Hier. Ja, Montana, willst du dir die... Nächste Abbreibung abholen hier? Zack. Ja. Äh. Oh. Hier ist schon wieder der Nächste von denen. Ein eigener Wächter wird belagert. Ja. Ja, da kommt er nicht so schnell durch. Wer dachte... Ups. Er rennt einfach durch. Ah. Okay. Zack. Jetzt kommt Orendi von der anderen Seite. Feinde bei unseren Wächtern. Ja. Ja. Aber... Aber... Jetzt hat sie dich hinter denen versteckt. Das war gut. Er war irgendwie unbefriedigend. So. Wenn er einen Kill nach dem anderen macht, warum sind wir denn hier hinten drin? Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Magazin Größe. Rückstoß. Penner. Variable Swim. Ey. Magazin Größe. Das ist gut. App. Hier. Komm mal den an. Äh. Schade. Oh. Bam. Ha. Das war gut gezielt. Ja, der rennt zu viel rum. Ich glaub, springen ist gar nicht so klug, wenn man gegen Sniper spielt. Man kann ihn dann ganz gut abschätzen, wo der landet. So. Schaden über Zeit. Jawohl. Das ist wichtig. So. Ich... Wöchte eigentlich mal hier Heilung. Vielleicht kann der heilen? In seinem Bereich? App. Hier. Komm mal. Da kommt jetzt auch Schaden raus. Da steht noch keiner drin. Skalilea. Guck dir noch mal vor. Nee, ne? Da. Bam. Nochmal. 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 Äh. Ja, macht schon Sinn, dass er nicht nochmal die Nase rausstreckt. Die wäre abgewesen. Äh. Hat er die Dinger geskillt, dass die liegen bleiben und heilen? In die Dunkelheit. Ja. Oh, oh. Da kommt Orendi an. Ist die gerade hier in meine Blase reingerannt? Schläger an dieser Position. So. Da ist er da. Oh, hier. Zack. Mann, den haben wir fast. Ist er wieder weggerannt? Die feindliche Streitkräfte greifen unseren Wechter. Oh, Galilea stimmt. Die hat kein Schild gerade. Komm bei den Sternen. Na, jetzt ist es wieder schade. Hm. Irgendwas schießt es doch auf mich, aber... Oh, da, ja. Was ist denn das? Wir haben ein Söldnerlager angegriffen. Zack, erwischt. Oh, Rendi, das ist ein bisschen fies. Jetzt gucke ich doch mal nach. Hier. Die sind nur zu viert und machen uns so fertig. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt... Die machen Schaden. Wo? Wo denn her? Aber von da drin? Oh, der Mike ist ja von denen. Das war ja gefährlich. Geht doch mal zurück. Ich will doch die Action nicht verpassen. Also, mit dem Markie sieht's diesmal tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ein eigener Wächter wird belagert. Die Gegner machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Gegner gut sind oder ob unsere Leute schlecht sind. Es ist Galilea da mit drin. Das ist ein kurzes, kurzes Link. Wir sind auch nicht trainiert. Wir haben ja auch eine. Stimmt. Okay, das... Das war's noch nicht ganz... Ach, die sind da hinten drin, ne? Kann das sein? Ein Wächter wird angegriffen. Einfach mal... Oh, Rendi ist da hinten. Da steht so ganz gut. So. Die Superskill freigeschaltet. Kommt die? Kommt die? Ja, da kommt sie. Ach, was? Ich habe dir etwas für dich vorbereitet. Ja, der ist schwer abzuschätzen, ne? Wenn der so lange auflädt. Äh? Jetzt kommt sie schon wieder, ey. Das gibt's ja gar nicht. Die haben den gleich kaputt gekriegt. Ja. Es hat jetzt Sinn gemacht, da reinzuwenden. Von ihr? Oh, jetzt. Bin ich doch mal gestorben? Aber das... Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt sind die schon hier. Da ist Montana. Den kriegen wir vielleicht. Ach, der denn, ey. Bam. Jawohl. Da kommt er nicht mehr weg. Oh, Galilea ist auch fast weg. Zack, falsche Taste gedrückt. Zweimal sogar. Hm. Ist sie nicht mehr erwischt. So. Können wir die jetzt mal zurückdrängen irgendwie? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben unseren Wächter angegriffen. Schon... Ne, da ist jetzt Ruhe. Oh, die sind alle da oben drin. Ja, die sind alle da oben drin. Und das... Als Markie, ne? Das machen sie natürlich eine gute Position. Ups. Der Mike ist ziemlich gut. Der... Bewegt sich sehr viel. Unsere Feinde rücken gegen... Ja, Hauptsache, Galilea holt sich jetzt noch ein Überschild ab. So, der geht... noch kaputt, bevor der irgendwelche Faxen machen kann. Kaputt. Kämpft. Ah, ist hinter der Mauer. Schade. Moment mal. Sehr gut. Oh, oh. Bauen wir das Ding hier, bevor die spawnen. Jetzt versuche ich mal noch wegzurennen. Vielleicht klappt's ja noch. Ah. Komm. So. Zwei mehr Eulen. Raubtierangriff. Ne. Ich mach mal. Raubtierangriff macht mir Schaden. Vielleicht am meisten von. Zack. Jawohl. Bam. Oh, oh. Die Galilea macht das auch ganz gut. Die stellt sich immer perfekt den Weg, dass man nicht wegkommt. So, jetzt muss er wegrennen. Oh, Mike hat das... Ding angemacht. Äh, kann der vielleicht mal noch kaputt gehen? Die Truppen haben unsere Möchterangriffen. Unbewachte Scherben geben einfache Ziele ab. Passen Sie auf sie auf. So, Montana. Kaputt. Herr Akalili, er ist hier. Der Tod kommt von oben. Okay. Hmm. Kann die sich selber ein Uberschild geben? Ist das gar nicht mehr. So, einmal hier. Das ging, glaube ich, daneben. Angeheuerte Schläger an dieser Position. Können wir noch was machen? Basisschaden von... Nachladung und Angriffsgeschwindigkeit. Das finde ich gut. Ne, da kommt keiner mehr. Dann gehe ich mal schnell zurück. So, jetzt habe ich die Frage erst gesehen mit dem Lieblingscharakter zwischen Phoebe und Caldarius. Kann ich mir wahrscheinlich nie entscheiden. Ein eigener Wächter. So. Da weiß man nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn die zu fünf gewesen wären. Können wir hier mal ihr Schild wegballern? Das gibt es ja gar nicht. Jetzt kann sie es nicht mehr. Nein, und ich habe den Megaskill nicht frei. So, kaputt. Ja. Ip. Okay. Aber hat nicht ganz... Okay, da gab es einen Assist. Das war unsere Galilea. Ups. So, einmal hier. Feindliche Leibeigenen Söldner rücken näher. Warum kommen von denen hintereinander weg Scherben? Ist das so? Werden die so schnell hintereinander produziert? Verplempert mal ruhig eure Splitter dafür. Ein Wächter wird beschossen. App hier. Ja. Verbrauch mal ruhig dein Schild. Schade. Elf Minuten haben wir noch, ne? Also das könnte schon noch klappen. Schade. Okay. So, einmal hier. Ich glaube, hier stehen wir eigentlich ganz gut. Okay. Oh, oh, jetzt kommt auch Andy da. Ja. Das ist ja nicht beachtet. Jetzt sind sie drauf und da wird ordentlich Schaden gemacht. Also, dann gucken wir mal, ob wir die nochmal hier wegkriegen oder ob es das jetzt war. Ein Wächter wird angegriffen. 33. Naja. Okay, da wird auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht. So, der ist schon mal kaputt. Das hier. Ne, das. Doch, das. Da rennen die da hinten. Zack, erwischt. Sehr gut. Ja, und wieder im Sprung. Ist für andere, die schneller schießen wahrscheinlich, da finde ich das immer sehr nervig. Ja, hau mal ab. Ups. So, den kriegen wir jetzt auch noch. Zack. Ups. Als ob es nicht über das Gitter geht. Ich habe noch nicht mal zwei Ausrüstungsgegenstände ausgerüstet. So, bei Montana können wir es auch voll ausnutzen, dass ich auf Geschwindigkeit geskillt habe. Der ist einfach viel zu groß, um auf daneben zu schießen. Mist. Ich will über das Ding nicht drüber schießen. Ups. So, das war vielleicht ganz gut. Ne, mal gucken. Oh, jetzt haben wir von Ernest den. Äh, Mist. Der hat trotzdem noch Schaden gekriegt hier. Hä? Hä? Ja, das war gut gemacht von ihr da. Ja, ja, ja. So. Wieder Galilea. Aber wahrscheinlich hätte ich auch darauf achten müssen, dass ich viel öfter bei Ernest mit drinstehe. Ich glaube, die Kombination ist... Das wäre ziemlich krass, ne? Zurzeit mit der Geschwindigkeit auf irgendwelche Leute. Zack, zack, zack kaputt. So, und hier die Blase für Orendi, vielleicht kriegen wir die jetzt. Okay, ist... Ich will vielleicht doch eher zielen sollen. Der hat das hierhin getan? Ne, so weit kann das dann doch nicht, anscheinend. Das kam aber nicht gerade von dem, oder? Dass ich hochgeflogen bin. Ihr, für alle, zack. Haben sie ja alle an. Vielleicht komme ich noch weg. Oh, Reni will mir hinterher, anscheinend. Schafft sie das? Oder gab es einen Sist? Oh, Montana ist immer noch nicht weg. Zack, kaputt. Wer auch. Sechs Minuten. Ich sehe einen Landstreicher. Ein Wächter greift den Feind an. Ja, schade. Ja, der passt schon auf seine HP auf. Der ist ja noch da oben, ne? Ach, Mist, habe ich nicht frei. Hätte ich das jetzt gerne da oben reingeballert? Ne. Da geht nix. Feinde greift ein Söldnerlager an. Ander. Macht das aber auch gut. App hier. Guck mal, was machst du denn jetzt? Feinde haben ein Söldnerlager angegriffen. Aber ich habe auch viel selber gemacht. So, das war gut. Feind ist wieder im Spiel. Hä? Die waren jetzt nicht nur zu dritt, ne? Wend mal. Ach nee, das... Ach, der... Nach der Zeit ist der jetzt wieder dabei. Das geht. Toll, und jetzt... Das war's denn für uns, ne? Jetzt kommt da noch einer dazu. Der will zählen, ja. Wollen wir mal gucken, ob wir noch was hier erwischen. Äh, schade. Zack, die sind alle kaputt. Galilea, mal gucken. Seitlich. Miss, zu lange nachgeladen. Zack. Jawohl, da ist sie in die Blase reingesprungen, obwohl sie halb tot war. Ja. Oh. Ihh, ich dachte, ich stehe direkt neben der Treppe. Das ist ein bisschen doof. Epp, da, was machst du jetzt? Stimmt, Schild schmeißen und ich weiche aus. Links-Rechts-Kombination. So. Cindy. Das wäre auch. Vielleicht müssen wir mal das Ding hier bauen. Ein Wächter wird anmüttern. Der ist jetzt wirklich dabei. Zack, auch noch gekriegt. Aber auch. Der will zählen. Wenn jetzt zu rau durchdringen, um Feinde zu treffen. Wenn ein Zielfernrohr enthüllt. Zwei Schüsse, vielleicht reduziert ein Schaden. Oh. Ne, ich mach mal. Zwei Schüsse ist gar nicht so schlecht, denn. Äpp. Oh, das ist eine Schande. Naja, die Schande ist schon groß, ne? Dass wir hier von vier Leuten kaputt gemacht wurden. Ein Herr Wächter greift den Feind an. Schützen Sie. Ja. Jetzt ist hier noch einer. Ja, die machen das so richtig jetzt. Die sind alle da oben, ne? Die sind halt dann voll. Ja. Sehr gut. Okay, er hat jetzt nichts mehr gebracht, aber... Aber wir haben noch den Maik gestoppt. Oh, da haben wir den Level auf. Da gab's doch ordentlich Erfahrung noch. Das hätte ich nicht gedacht. Magnifik. Sehr gut. So, ich geh mal jetzt schon aus der... Schlange raus. Ja doch, doch, doch. Gucken wir uns nochmal die Statistik an. Die war, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, genau. Zack, zack, zack. Wie viel Erfahrung gab's? Jeder hat auch nicht so viel gefehlt, ne? Oh, Zerstörer. 252. 250. Wiegen der drei Anlagen. Rang 5. Versorgungsstattung. Ah, die hätte ich noch abgestoppt zum Ende. Serienbrecher. Oh. Die haben auch noch zwei Partycrasher-Stinger-Geschütze kaputt gemacht. Naja. Noch was Gutes haben. 35 Spiele schon mit dem gemacht. Okay. Das ist hier ja gut. Ah, ja. 9, 3. Ah, das war... Oh. Let's ab. 14 zu 61. Die waren richtig gut. Ja, das war ich. 18, 1. Ja, das den Eindruck hatte ich auch. Sehr, sehr gut. So. 58. Treffer. Prezision ist auch gut. Ja. Das war eine gute Runde mal. Werde verloren, aber gut. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Battleborn. pompcom. Das war die Runde mal. Okay. Musik. Das war die Runde.